Und hiermit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Paper Mario, die Legende vom Ionentor. Erstmal schaue ich mal, ob die liebe Gumbaria Infos zu diesem Ortsteil hat, nämlich Rolingen in Ostend. Rolingen in Ostend, eine verrufene Gegend voller Gefahren. Der Chef ist wohl ein gewisser Moluski. Er kommandiert die hiesigen Ganouven. Außerdem findest du hier Merlon. Er kann die Ränge deiner Mitschreiter erhöhen. Ich als Nicht-Ganouve würde mich jedenfalls nicht alleine hierher trauen, Herzchen. Okay, dann gehen wir mal weiter. Der Zaun hier müsste man eigentlich entfernen können. Durch diese Röhre gelangt man in die Katakomben. Also los, einfach mir nach. Was ich hier noch sagen wollte, Mario? Da unten gibt es allerlei seltsame Gestalten. Sei also vorsichtig. Wer sich mit Action-Kommandos nicht auskennt, ist dort gut wie verloren. Willst du sie vielleicht ein wenig üben? Nein. Wirklich? Wir sollten sie sicherheitshalber noch einmal üben, oder? Nein. War ja klar. Also, wenn dein Partner angreift, mach einfach das, was auf dem Bildschirm gezeigt wird. Beteilige dich, indem du A genau dann drückst, wenn dein Gegner angreift. Also auf in den Untergrund. Du gelangst in die Röhre, indem du dich auf sie stellst und A drückst. Mal holen wir hier Münzen. Mal gucken, ob hier auch noch irgendwas ist. Okay. Und los geht's. Solingen Untergeschoss 1. Und schon ein Speicherblock. Kann ich was sprengen? Mal erst so wieder ein Bombett. Geh erstmal hier lang. Hier komme ich schon mal nicht weiter. Da kann ich nichts machen. Kann ich die Flaschen zerstören? Das sind OP-Flaschen. Die können nicht mit einem Hammer zertrubbert werden. Ah, sieh mal an. Ich habe deinen Besuch vorausgesehen, Mario. Mein Name ist mir lieblich. Ich bin eine wunderschöne Wahrsagerin. Meine nukle Bestimmung ist es, dir bei der Suche nach Dingen behilflich zu sein. Zunke der Sterne erleuchtet, was verbogen ist. Ach, sag mir, soll ich einen Blick in deine Zukunft werfen? Wegweisen. Sternensplitter. Esignia. Nichts. Bist du sicher, wenn du wieder etwas suchst? Schau einfach bei mir vorbei. Gibt es dann auch wieder diese Zauber, wo man mehr Erfahrungspunkte etc. pp kriegt? Das wäre super nice. Hey du, findest du etwa okay, einfach so in unsere Katakomben zu marschieren? Typisch. Ihr von da oben seid so ETPT. Oh, ich brauche Sonne und frische Luft. Hey alter Rotzbremser, komm ran. Wir bringen dir jetzt mal Manieren bei. Eigentlich mag ich ja Leute, die kleinen Blatt vor den Mund nehmen. Aber Typen wie euch finde ich zutiefst widerlich, also verzieht euch einfach. Hey Jungs, die kleine nimmt den Mund ganz schön voll. Seid ihr auch zum Kämpfen? War auch zu fein? Dann hättet ihr lieber nicht in die Katakomben kommen sollen. Ihr kriegt was ihr verdient. Flucht in diesem Kampf nicht möglich. Hier haben wir die gesamte Brandbreite der Gumbas versammelt. Ein Gumba, ein Pixgumba und ein Paragumba. Bei dem mittleren der Pixgumba musst du besonders vorsichtig sein. Er trägt eine Pickelhaube. Du verletzt dich also, wenn du auf ihn springst. Den fliegenden Paragumba kannst du mit dem Hammer nicht angreifen. Ihm musst du einen eleganten Sprung anwenden. Je nach Art des Gegners solltest du also eine sinnvolle Angriffsart wählen. Nutze auch die Actionkommandos beim Angreifen und Verteidigen. Ach, noch etwas. Du kannst die Reihenfolge, in der ihr Angreifen mit Y ändern. Gumbania kann auch vor dir angreifen. Merkt ihr das gut? Ich werde euch von hier aus sicherer Entfernung zuschauen. So, dann kannst du doch einmal hier schon mal den Paragumba scannen. Das ist ein Paragumba, offensichtlich handelt es sich um ein Gumba mit Flügeln. Maximale KP 2, Angriffskraft 1, Verteidigung 0. Solange sie fliegen, kannst du sie nicht mit dem Hammer treffen. Sobald er aus sich springst, fallst sie zur Bohne und werden zu normalen Gumbas. Perfekt, perfekt, definitiv. So, Technik und dann scannen den normalen Gumba. Das ist ein Gumba. Gumbas geht allgemein als ziemlich kleine Fische, relativ unspektive leer. Aber da möchte ich persönlich ganz heftig widersprechen. Maximale KP 2, Angriffskraft 1, Verteidigung 0. Abgesehen davon haben sie keine Besonderheiten. Also, kleine Fische eben. Ich lesse mich mit diesen Lektionen selber. So früh, ja, ich hab's auch gemerkt, danke. Peaksgumba. Erstmal alle Gegner hier scannen. Das ist ein Peaksgumba, also sozusagen ein Gumba mit einer Pickelhaube. Maximale KP 2, Angriffskraft 2, Verteidigung 0. Durch die Pickelhaube hat er eine höhere Angriffskraft als ein normaler Gumba. Und wenn du mir auf den Kopf springst, nimmst du Selbstschaden, also Vorsicht. Dann nehmen wir einfach den Hammer. Ui. Das geschieht Ihnen recht. Na gut, Mario. Unterwegs werden dir noch einige dieser Typen begegnen. Wenn sie dich entdecken, greifen sie an. Versuche ihnen mit Sprung oder Hammer vorzukommen, bevor der Kampf beginnt. Gelingt dir das, erhältst du den Erstangriff im Kampf. Sobald du einen Gegner entdeckst, solltest du also ohne Zögern angreifen. Gehen erst mal hier lang, aber da komme ich nicht weiter. Und da oben ist eine Truhe. Und wie ich da hinkomme. Hey. Wie uncool. Ja, Professor, du musst jetzt da unten bleiben. Ja, oder spawnen einfach hinterher. Ah, Mist. Genauso wie im ersten Mario-Teil. Und du kannst Kopfnuss machen. Jetzt kommt hier ein bisschen Action im Haus. Na komm. So, erster Angriff. Ja. Und läuft auf ihrem Stürchen. Wenn man mit dem ersten Griffschneider ganz normalen Guma-Blatt machen kann, dann holler die Weibfüße ist das eine Verbesserung zum ersten Teil. Das ist ein Feuerzeitsblock. Dieser Block erhält ein Item. Ich frage mich nur, welches? Ein Pilz. Komm, Gumbara, du kannst auch was machen. Aber ich finde dieses Overlay sehr schön vom Spiel. Das ist ein gelber Block. Du kannst ihn mit dem Hammer zerschlagen. Ja, da kann ich noch nichts machen. Die alten Kanna-Komben. Anscheinend ist das hier nur ein einfacher Durchgang. Aber früher befand sich hier bestimmt eine großartige Promenade. Sagst du dir zu jedem dasselbe? Die Katakomben von Rudling sind ja ein wahres unterirdisches Labyrinth. Anscheinend war die untergangene Stadt wirklich riesig. Das ist ein gelber Maxi-Block. Wie es aussieht, kannst du diesen Block noch nicht zerschlagen. Du brauchst wohl einen stärkeren Hammer. Oder so. Spoiler. Wir halten etwas mehr aus. Und du kannst schon mal den nächsten Gegner scannen. Ein Sproing. Das ist ein Sproing. Die Dinger sehen aus wie Speerholz mit Sprungfedern. Ein faszinierender Anblick und keiner weiß, wo diese Wesen eigentlich herkommen. Maximale KP3, Angriffskraft 1 und die Verteidigung ist gleich nicht vorhanden. Sie sind zwar schnell, aber leicht zu besiegen. Zeigen wir Ihnen, wer der Boss ist. Es ist ein Mario-Boss-Fight. Ja, blocken kann ich. Und nun machst du auch nochmal einen Kopfnuss. Und dann ist dieser... Sproing zum Kleinhäuz verarbeitet worden. Versteht ihr wegen Speerholz? Ich hatte schon geklappt. Was war das denn? Hm. So, erster Angriff. Und dann nochmal eine Kopfnuss. Aber ich liebe diese Bühne-Effekte so richtig. Kampf auf einer Bühne. Ein Theaterstück. Wie komme ich denn oben an den Schlüssel ran? Das ist doch blöd. Ja, kann ich irgendwas machen? Oh, eine Treppe. Ich brauche Olifias Faltarme. Warte, kann ich mich nicht hier runterfallen lassen? Ein Schlüssel schwarz. Ein schwarzer Schlüssel. Zu mag er wohl dienen. Dann habe ich den Schlüssel schon mal. Okay. Okay. Das ist wahrscheinlich für diese Truhe hier. Hey du, du hörst meine Stimme? Das würde ja bedeuten, du bist der legendäre Held. Nur der legendäre Held ist in der Lage, meine Stimme zu hören. Du musst wissen. Vor langer Zeit hat ein böser Zerberer mich verflucht und in dir diese Truhe gesperrt. So warte ich nun schon seit vielen Jahren, dass der Held mich hier findet. Übrigens, was fühlt dich eigentlich an einen so finsteren Ort wie diesen? Ich frage mich wirklich, ob wir ihm vertrauen können. Wir sollten ihm besser nicht erzählen, dass wir nach den Sternjuwelen suchen. Oh. Nein, ich habe mich verplappert. So, so, die Sternjuwelen sucht ihr? Ich wusste doch, dass ihr wahrhaftige Helden seid. Ihr werdet meiner Geschick brauchen, um in den Besitz der Sternjuwelen zu gelangen. Sucht also den Schlüssel zu dieser Truhe und befreut mich aus dieser mistlichen Lage. Ich weiß nicht, warum der Truhentyp was über Sternjuwelen wissen sollte. Was soll man tun, Mario? Findet den Schlüssel und bringt ihn. Er muss hier irgendwo sein. Der Schlüssel sieht übrigens so aus. Ich bitte euch, ihr legendären Helden. Wie jetzt, du hast den Schlüssel schon gefunden? Ich stehe tief in deiner Schuld. Ach, danke. Du Narr. Ich habe dich reingelegt. Niemand wird dir helfen. Im Gegenteil, die Rache für meine langen Qualen in dieser Kiste. Ist ein fürchterlicher Fluch, den ich über dich verhänge. So sei denn verflucht. Damit bist du verflucht, selbst schuld, Eiernase. Also hör mir zu. Ab jetzt wirst du an manchen Stellen zu einem Papierpfleger, wenn du Y drückst. Damit hast du wohl nicht gerechnet. Von nun an wirst du mit diesem furchtbaren Fluch leben müssen. Wie schrecklich. Aber da du mich so dauerst, werde ich dir sagen, was du im schlimmsten Fall tun musst. Betrittst du ein solcher Rampel, das streitet Boden zum Zeichen eines Fluches. Siehst du? Drückst du Y und faltest du dich zu einem Papierpfleger. Du kannst deinen Flug steuern, den du L hin und her bewegst. Bewege er jetzt in den Fluch, äh, in dem, in die dir den Fluch, äh, dem Fluch entgegengesetzte Richtung, um zu steigen. Halte Y doch nicht zu lange in dieser Richtung, sonst wirst du langsamer und fällst zu Boden. Sobald du anfängst zu steigen, lasse er los. Tammik ist hier alles. Nun sei zum Weibflug verflucht. Okay, haha, wenn du genug vom Fliegen hast, drücke B und du wirst wieder normal. Oh, was für ein Fluch. Hast du verstanden, was mein fürchterlicher Fluch aus dir macht? Na klar. Nun lieber wohl, du nah. Was war denn das für ein seltsamer Geist? Keine Ahnung. Ja. Ja. So, komm mal hier schon mal lang. Und da ist er auch, der Äonen-Tor. Mario, Gumprina, seht euch das hier an. Das ist das Äonen-Tor, von dem die Legende berichtet. Was für ein Anblick. Also ist die Legende wahr. Wir sollten etwas näher herangehen. Komme ich erstmal so hier um. Herr Professor, was war das denn? Für sie die Energie Fülle ich zauberhaft Verdummt. Oh ja, Fabi. Und da ist ein Sternjuwel. Okay. Auf der magischen Karte wurde die Lage eines Sternjuwels eingetragen. Zusätzlich lernt Mario die Stern-Attacke Sternenfit. Herr Professor, die Karte und dann dieses. Ja, sehr beeindruckend. Das scheint ein Hinweis auf die Lage des ersten Sternjuwels zu sein. Und dieses Leuchten eben. Es scheint, als hätte Mario mysteriöse Kräfte erhalten. Nun, auf jeden Fall sollten wir zurück zu mir gehen und die Karte näher untersuchen. Oh, ja. Hm, so ist das also. Sie haben es verstanden, Herr Professor? Aber natürlich. Und euch werde ich es auch erklären. Eines kann man nämlich mit Gewissheit sagen. Diese Karte ist etwas ganz Außergewöhnliches. Sie findet mit einer Art Radar heraus, wo sich die Sternjuwelen befinden. Demzufolge befindet sich das erste Sternjuwel im Feuertal. In Feuertal? Das Feuertal liegt ziemlich weit östlich von Rohlingen. Ehrlich gesagt, es schien mir diese Gegend bereits seit längerem verdächtig. Der Name Feuertal ist mir schon des Öfteren in der Fachliteratur begegnet. Aber wie gelangt man in dieses Feuertal? In den Katakomben soll es eine Röhre geben, die direkt dorthin führt. Übrigens, Mario, wie kamst du eigentlich an diese Karte? Von Prinzessin Peach? Sie hat hier die Karte geschickt? Sieht die Prinzessin unter Umständen etwa so aus? Ich wusste es! Die Prinzessin war neulich bei mir und wollte etwas über den Schatz wissen. Ich habe ihr etwas über die Sternjuwelen und das Feuertal erzählt. Vielleicht ist ja wie der Erwarten doch allein im Feuertal gegangen. Übrigens, in der Stadt fragen auch so selsame Typen nach den Sternjuwelen herum. So, so, interessant. Vielleicht haben die etwas mit der Prinzessin zu tun. Also gut, ihr beiden, brecht sofort ins Feuertal auf. Wenn sich die Prinzessin tatsächlich dorthin begeben hat, müsst ihr sie einholen. Die Suche nach den Sternjuwelen führt uns sicher auch auf die Spur der Prinzessin. Und sie kamen nicht mit, Professor Gumbart? Ich versuche etwas über die Prinzessin und diese seltsamen Typen herauszufinden, wo ich zu begleiten wäre für einen alten Herrn wie mich doch etwas zu anstrengend. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr natürlich jederzeit zu mir kommen. Also gut. Gehen wir, Mario. Viel Erfolg. Und jetzt, lasst mich euch Lebewohl sagen. Lebewohl. Ja, etwas habe ich vergessen zu erzählen. Zunächst zu den Leuchten um Mario. Wie es scheint, hat Mario gelernt, sich einer Sternenattacke zu bedienen. Einer Sternenattacke? Bevor ich lange Erklärungen gebe, würde ich es euch lieber demonstrieren. Hast du Lust auf ein kleines Experiment, Mario? Klar. Gut, dann lasst uns das Experiment starten. Schau dir zunächst die Leiste, auf der die Sternenergie angezeigt wird. In dieser Leiste ist ein Punkt, das bedeutet, du hast im Moment genau eine SE. Du verfügst also momentan über eine Sternenergie. Und wenn du Sternenergie hast, kannst du die Sternenattacke benutzen. Die Sternenattacke, Sternenfit führt KP und BP auf. Lass es uns ausprobieren. Halt auch Vergiftung und ähnliches. Nice. Nee. Nee. Boah. Halleluja. Da du nun eine Sternenergie verbraucht hast, besitzt du keine Sternenergie mehr. Der Trick ist, du kannst neue Sternenergie sammeln und hier kommen die Zuschauer im Publikum ins Spiel. Wenn die Zuschauer sich gut amüsieren, erhältst du Sternenergie. Also Mario und Gumbarina, versuch doch einfach mich anzugreifen. Warum kann ich nicht scannen, möchte Professor Gumbad scannen. Sehr gut, das hat dem Zuschauer gefallen und ihr habt ein wenig Sternenergie erhalten. Sehr gut, ihr seht, ihr erhaltet immer wieder neue Sternenergie. Außerdem erhöht sich die Anzahl der Zuschauer, wenn ihr einen guten Kampf liefert. Die Anzahl der Zuschauer siehst du übrigens links unten auf dem Kampfbildschirm. Also je mehr Zuschauer du hast, umso mehr Sternenergie kannst du bekommen. Außerdem kannst du auch mit einer Showanlage deine Sternenergie erhöhen. Das solltest du dir wirklich gut merken. Das wäre fast alles, was ich dir zu Sternenattacken zu erklären hätte. Gute Arbeit Mario. Mario nimmt das hier mit auf den Weg. Orden Powerhauer erhalten. Mit diesem Schlag zeigt Mario Gegnern, was eine Hake ist. Das ist ein Orden. Orden können dir gute Dienste erweisen. Wenn du diesen hier trägst, kannst du deinen Gegner größeren Schaden zufügen. Aber Orden wirken nur, wenn du sie auch trägst. Möchtest du üben, wie man Orden an- und ablegt? Klar. Das An- und Ablegen von Orden drücke Plus und öffne das Menü. Drücke ZR, um ins Ordenmenü zu gelangen. Für das Anlegen von Orden sind Ordenpunkte erforderlich. Für diesen brauchst du einen Ordenpunkt. Drücke A, um den Orden anzulegen. Du hast einen Ordenpunkt in Anspruch genommen und den Orden angelegt. Drücke A erneut, um den Orden abzulegen. Die Ordenpunkte stehen dir dann wieder zur Verfügung. Das war's dann auch schon. Mit Plus kannst du das Menü schließen. Übrigens brauchst du Blumenpunkte, beziehungsweise Blütenpunkte, um den Powerhauer zu nutzen. Du musst im Kampf also nicht nur auf deine KP, sondern auch auf die BP8 geben. Nun, ich hoffe, ihr werdet die Röhre zum Vorherteil ohne Probleme finden. Ich denke mal, ich weiß auch welche Röhre ich nutzen muss. Ey du da, hast du kurz Zeit, um zu lernen, wie man richtig kämpft? Ich meine so richtig mit Schmackes. Ich stehe auf den ersten Blick, dass du Talent hast, aber übers Kämpfen musst du noch eine Menge lernen. Trickkommandos, Bingo, das ganze Programm. Frag mich gerne Löcher in den Bauch, dazu bin ich da. Wer ich bin, manche nennen mich Kampfcoach, andere flehen um Gnade. Deiner Scherz. Wie dem auch sei, meine Berufung ist mein Beruf. Aus Talentenkämpfer zu formen, sprich mich jederzeit an. Ich glaube, wir kriegen das auch ohne Coachchen. Ich meine, wir sind noch fit von Paper Mario 1. Wir sollten eigentlich fit sein. Nun fange ich und ich denke mal, das ist die Röhre. Wir benötigen. Warte, 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 da ist ein Gegner, den nehme ich mit. Oder auch nicht. Du passt im Hintergrund. Nein, Sprung. Brauche ich nicht. Mit diesem Schaltzeiten mal auch ein Gegner. Ja, aber da haben wir ja eh noch zwei. Ja, ist so viel langer. Du kannst mal eine Showanlage machen. Und dann nochmal den Hammer. Bin ich eigentlich nur von links nach rechts? Oder kann ich auch? Nur von oben nach unten? Oder kann ich auch von links nach rechts? Tolla. Eben, das war ein bisschen blöd. Aber okay. Gehen wir schon hin. Ich muss da Bombe, um an die Truhe zu kommen. Oh oh. Ich würde mal sagen, an dieser Stelle machen wir in der nächsten Folge weiter. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss. Bis zum nächsten Mal bei Paper Mario, die Legende vom Äonentor. Bis dahin. Udallü. Udallü